hey leute und herzlich willkommen zu diesem video wieder mit der gitarre heute zeige ich euch wieder einen einfachen trick wie den wir machen können der geht super einfach also als erstes guckt ihr ihr müsst den zeigefinger hier so drauf auf dieses ding hier machen wir es noch mal den zeigefinger macht ihr hier drauf wenn ihr es habt macht ihr den noch mal weg dann ihr müsst halt auch gucken dass es so hier auf der zweiten streife auf der zweiten strich da ist auf den ersten gegnissen gar nicht also hier auf und ihr müsst auch auf der zweiten streife hier so machen also auf der hier dann nehmt ihr den mittelfinger und tut den unter der zweiten also auf der dritten hin dann wenn ihr das habt dann tut tut ihr den daumen über die ganzen mittelschnell den streifen Aber da habe ich das richtig, ähm, ich gucke noch mal, ja, und so. Du müsstest so halten, und dann so. Nochmal. 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 Und noch einmal. Und so habt ihr dann den einfachen Trick. Wir wiederholen es nochmal. Als erstes bei dem zweiten Strich hier, tut ihr den ersten Finger hier drauf. Dann tut ihr den Mittelfinger hier drauf. Unter der dritten, also der dritte hier. Jetzt setze ich mich nochmal hin. Dann streift ihr mit dem Daumen über die ganzen Streifen hier. Bei dem Loch. Nochmal. 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 Okay. Okay. Also, ähm, hat euch das Lied gefallen, ähm, gebt einen Daumen hoch und ein Abo da, bin ich sehr, sehr freund, was, also, ähm, ich weiß auch schon mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und ein Abo da, bin ich sehr, sehr freund, also, bis zum nächsten Mal, ciao.